Hi zusammen! Zunächst gibt es mal eine Triggerwarnung für Smart Speaker aller Art. Es werden diverse böse Triggerworte fallen. Ich nutze seit circa zwei Jahren Amazon Echo Lautsprecher. Ich habe mir zunächst mal einen Echo dritter Generation geholt und als ich dann auf den Geschmack gekommen bin und die dann im Stereo Paar betreiben wollte, habe ich mir noch einen Echo Plus der zweiten Generation geholt, der einen Zigbee Hub integriert hat. Stereo Betrieb bedeutet, dass nicht ein Lautsprecher einzeln die Musik abspielt, sondern dass zwei Lautsprecher zusammengekoppelt werden, dass sie eine Art Soundsystem bilden und so eben die Musik wie bei einem zwei-boxigen Soundsystem wiedergeben können. Heute möchte ich meine Erfahrungen beim Benutzen der beiden Echo Lautsprecher im Stereo Betrieb mit euch teilen und Spoiler Warnung, ich bin nicht begeistert gelinde gesagt. Zunächst einmal möchte ich euch aber erklären, wofür ich die Smart Speaker im Alltag eigentlich verwende. Das Offensichtlichste ist hierbei Musik abzuspielen, das mache ich allerdings meistens über Bluetooth, via Smartphone und Tablet, denn Streaming ist nur über Prime Music und über Spotify möglich, darauf gehe ich später nochmal genauer ein. Außerdem erstelle ich mir Erinnerungen und Timer via Lautsprecher, das finde ich eigentlich ist eine ganz nette Geschichte und ich steuere die Lampen in meiner gesamten Wohnung über den Zigbee Hub, der im Echo Plus zweiter Generation integriert ist. Echo Guten Morgen Echo Feierabend Echo Gute Nacht Man könnte jetzt an dieser Stelle sagen, ja, sowas braucht doch niemand, aber ich persönlich finde den Gedanken von Smart Home ganz nett und habe mir dementsprechend mal so ein Echo mit Zigbee Hub besorgt. Die Erfahrungen, die ich mit einzelnen Echolautsprechern gemacht habe, ist generell sehr gut. Zum einen finde ich, dass sie eine sehr gute Tonqualität haben, besonders für den Preis. Außerdem ist die Sprachsteuerung zwar nicht perfekt, aber klappt doch oft sehr gut und zuverlässig, auch wenn es ab und zu mal Aussätze gibt. Die Einrichtung und Steuerung der smarten Glühbirnen, die ich in meinem Zimmer habe, klappt über die App und per Sprache problemlos. Und generell kann ich auch sagen, hatte ich eigentlich noch nie größere Probleme mit meinen Lautsprechern. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, wann das letzte Mal meine Echolautsprecher überhaupt irgendein Problem gemacht haben. Genug des Lobes. Kommen wir nun zum Betrieb im Stereo Paar. Ich könnte jetzt an dieser Stelle ein bisschen emotional werden, aber das ist auch eigentlich ein rein subjektives Video hier. Zunächst mal das Positive. Die Einrichtung war erstaunlich einfach. Ich habe meinen Echo Plus mit Zigbee Hub als Master eingestellt und den zweiten Lautsprecher als Slave. Das war ziemlich einfach und die App war in meinen Augen da wirklich selbsterklärend. Außerdem ist die Tonqualität, wenn man sie tatsächlich mal im Stereo Paar betreiben kann, wirklich gut. Da kann man denen jetzt erstmal nichts schlechtreden, finde ich. Nun kommen wir aber zu den Nachteilen. Und da gibt es beim Betrieb als Stereo Paar einige. Was ich vorher nicht wusste, ist nämlich, dass die Wiedergabe von Stereo Sound nur unter bestimmten Bedingungen möglich ist. Und es wäre zum einen Musikwiedergabe über Amazon Music oder halt Amazon Prime Music oder wie auch immer dieser blöde Streamingdienst heißt. Und zum anderen müsste das auch über Spotify gehen. Habe ich aber nicht getestet, denn ich habe kein Spotify Premium. Wenn ich mit den Echo Lautsprechern rede, dann fühlt sich immer nur mein Echo zweiter Generation angesprochen. Das ist auch soweit gut. Wenn ich dann aber Musik über Bluetooth wiedergeben möchte, dann funktioniert das nicht im Stereo Sound. Also wirklich, man verbindet das Gerät mit dem Echo Lautsprecher, egal mit welchem. Und es kann immer nur einer gleichzeitig die Musik wiedergeben. Nichts Stereo Paar, gar nichts. Obwohl sie es eigentlich bei der Wiedergabe über Amazon Prime Music könnten. Das hat mich persönlich natürlich extrem getriggert. Und ich habe auch im Internet recherchiert, ob es dazu irgendeinen Fix gibt, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber nein, man kann über Bluetooth nicht mit zwei Echo Lautsprechern aus diesen Generationen Stereo Sound wiedergeben. Das geht nicht. Das Problem haben auch einige andere Nutzer im Internet beklagt. Und jetzt kann man sagen, okay, dann könnte man ja Amazon Music nutzen. Aber Amazon Music nutzen ist in meinen Augen, also für mich, echt ätzend. Denn ich habe weder ein Prime Abo direkt, noch habe ich irgendwie Amazon Music Premium abonniert. Und das bedeutet, ich kann zum einen kein Lied selbst auswählen, sondern nur sagen, spiel coole Musik, spiel musikähnlich zu, so und so. Und das ist zum einen lästig, aber damit könnte man irgendwie arbeiten. Aber außerdem gibt es immer wieder Werbung, und zwar nicht zu wenige. Das ist auch wieder so eine Sache, da kann man auch sagen, okay, man hört ja kostenlos Musik, da ist Werbung dabei. Aber es ist auch immer dieselbe Werbung und auch zum Teil zu Produkten, die ich selbst schon bei Amazon gekauft habe. Also das ist ja sowas von dumm und geht mir einfach nur auf den Keks. Und um diesen ganzen Rant noch komplett zu machen, unterstützt der Smart Speaker von Amazon kein YouTube Music. Ich als YouTuber habe YouTube Premium und da ist auch mit inbegriffen im Preis, dass man Amazon Music nutzen kann. Das ist, so wie ich das verstanden habe, jetzt ein Musik-Streaming-Dienst, vergleichbar mit der Größe mit Spotify und Amazon Prime Music. Also wirklich ein großer Musik-Dienst und der wird einfach nicht unterstützt. Und das war jetzt mein Stand Januar 2022. Die beiden Lautsprecher sind definitiv schon zwei Jahre oder sogar länger auf dem Markt. Und das kann es doch einfach nicht sein, oder? Weil ich weiß ja, wenn ich über Prime Music mit Werbung und Musik abspiele, sie können im Stereo-Paar betrieben werden, sie können Stereo-Sound wiedergeben. Wieso geht es nicht über Bluetooth und wieso kann ich nicht, meinen anderen Streaming-Dienst damit zu verbinden? Ich meine, andere smarte Lautsprecher können das ja, soweit ich das mitbekommen habe, auch. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, Amazon will, dass man ihren Streaming-Dienst nutzt, deswegen sind die Lautsprecher auch ziemlich günstig. Könnte man sagen, aber trotzdem kosten die beiden Lautsprecher zusammen, wenn man sie neu kauft, über 200 Euro. Ich habe sie im Angebot ein bisschen günstiger bekommen, habe trotzdem noch über 150 Euro ausgegeben und ich bin einfach nur genervt, dass es nicht funktioniert. Und das Ganze, obwohl Amazon das ja so bewirbt, als oh, unsere coolen zwei Lautsprecher, die könnt ihr ja koppeln, und dann hervorragenden Stereo-Sound zu erhalten. Also ich finde, das ist einfach nur mies und ich höre besser auf zu reden, sonst fange ich an zu fluchen. Kommen wir nun zum Fazit. Also, gegen einen einzelnen Echo-Lautsprecher habe ich an sich nichts einzuwenden. Ich finde die Musikqualität gut, der Sprachassistent ist gut und speziell da mein Echo zwei bei Plus oder Plus zweier Generation oder wie auch immer in den ZigBee Hub integriert hat, ist es eine günstige Smart Home Zentrale, die auch funktioniert. Dass Amazon aber bewirbt oder beworben hat, dass man zwei davon im Stereo-Paar betrieben hat, ist in meinen Augen einfach eine Frechheit. Weil natürlich kann man sie im Stereo-Paar betreiben, wenn man denn Musik über Amazon Music hört. Aber in allen anderen Fällen, wie zum Beispiel ich, ich betreibe sie halt nahezu nie mit Amazon Music, geht diese Funktion nicht. Und jetzt habe ich mir zwei gekauft und es bringt mir überhaupt nichts. Ich bin deswegen einfach genervt und finde, das hätte man transparent irgendwie auch mitteilen sollen, wenn man so ein Feature doch schon bewirbt. Mein persönliches Fazit ist jedenfalls, dass mein Echo dritter Generation verkauft wird. Ich hoffe, ich bekomme noch ein paar Euros dafür, denn an sich ist es kein schlechter Lautsprecher. Meinen Echo Plus werde ich noch behalten, denn ich verwende ihn, wie gesagt, zur Steuerung von dem Licht in meiner Wohnung und auch für kommende Smart Home Geräte, die in meine Wohnung kommen werden. Aber ich bin definitiv nicht mehr so gut auf Amazon zu sprechen, wie ich es mal war und werde mich auch nach und nach mit der Zeit, wenn ich mal Lust habe, nach anderen Smart Home Speakers erkundigen, die auch einen Zigbee Hub integriert haben, sodass ich den vielleicht nach und nach ersetzen kann, einfach weil ich genervt bin, dass Amazon mich hier mit dem Stereo-Paar so verarscht hat. So, das war es mit diesem Video. Das war jetzt einfach mal ein Rant über diese Amazon Lautsprecher, die ich ja per se nicht schlecht finde, aber im Stereo-Paar sind sie absoluter Müll. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da. Das musste einfach mal raus und war mir persönlich wichtig. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.